Da fünft zum Beispiel oben, unten sehen wir schon mal die ganzen Kommunikationen, die gelaufen sind. Jetzt muss er sich also umgucken, muss sehen, macht ein Blick auf die Mappe, wo er hin muss, der rote Punkt, äh, blau, gut, hat der Glühle, es fängt bitte wieder an, wo er gerade ist. Und dann muss er erst mal schauen, dass er sich da ein Blue Searching-Knappchen findet und dann auch erledigt. Also muss er sich jetzt in der Welt zurecht füchten, mal gucken, wo muss er sich eigentlich lang, eigentlich Richtung Norden. Da sind ja auch rote Punkte, das können natürlich auch andere Gegner sein. Und dann können wir, bitte, mal schauen, nach Nummer 12. Da sind wir zum Beispiel einen, der sich dafür einen ganz anderen Charakter entschieden. Eben hatten wir noch den Gladiator, den Krieger. Hier haben wir also den kleinen Druiden. Da versucht es also einer eher mit magischen Kräften, möchte das mal ausprobieren. Versucht sich auch erstmal zu orientieren natürlich mit dem Kompass, ist klar. Zu gucken, wo er hinlaufen muss. Aber die kurzen Beine kann es natürlich ein bisschen länger dauern. Das ist auch mir auch klar.